Ich bin direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Zornalp-Sigmaringen und mit diesem Film möchte ich meine Arbeit in Berlin in den Sitzungswochen gerne vorstellen. Meine Woche in Berlin fängt immer Montagmorgens damit an, dass ich ins Büro komme und zuerst einmal meine ganze Post von den Tagen zuvor sichte und bereite mich auf die anstehenden Ausschusssitzungen vor. Ich bespreche mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die wichtigsten Anliegen durch. Die Sitzungswoche wird vorgesprochen, wir sprechen alle wichtigen Themen aus den Ausschüssen an, die Anliegen, die für die Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis auch wichtig sind. Als direkt gewählter Vertreter unseres Wahlkreises Zornalp-Sigmaringen habe ich direkt Einfluss auf die Gesetzgebung. Mein wichtigstes Anliegen ist es, die Bedürfnisse und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger aus unserem Wahlkreis einzubringen und etwas für unseren Wahlkreis auch zu bewegen. Einmal in der Woche trifft sich die ganze CDU-CSU-Fraktion, meistens am Dienstagnachmittag. Dort besprechen wir die ganze Sitzungswoche durch und welche Themen für uns als CDU-CSU wichtig sind. Es besteht auch die Gelegenheit, mit den Ministern und der Bundeskanzlerin auch direkt ins Gespräch zu kommen und dort auch seine Anliegen direkt vorzubringen. In den Ausschüssen wird die fachliche Arbeit des Parlaments gemacht. Dort besprechen wir mit allen Kollegen die Gesetze durch, wir laden Experten ein und machen dann dort die Gesetze und bereiten die Gesetze vor für das Parlament. Ab Mittwoch geht das Plenum los, das heißt wir diskutieren im Deutschen Bundestag Gesetze, Verabschiedengesetze, aber auch da besteht die Gelegenheit immer wieder auch direkt mit Kollegen am Rande des Plenums Thema zu sprechen oder aber auch einmal mit einem Minister und über aktuelle Anliegen auch des Wahlkreises zu bereden. Trotz eines dichten Zeitplans freue ich mich auch immer wieder über Besuche aus meinem Wahlkreis. Hier habe ich die Gelegenheit direkt meine Arbeit in Berlin vorzustellen. Kommen doch auch Sie einmal nach Berlin und besuchen mich. Ich würde mich darüber sehr freuen. Bis dahin hoffe ich, dass dieser Film Ihnen einen kleinen Einblick über meine Arbeit gegeben hat.